Hey Liebe und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch ein Get Ready With Me sozusagen mit neuen Produkten machen. Ich habe die letzte Zeit echt einige Sachen gekriegt bzw. gekauft. Das sind diese Essence Paletten und sehr sehr cool. Ich bin so gespannt auf die Soph X Palette. Mir ist ja leider davon eine Fuhre kaputt angekommen für die Victoria und mich und für die Alida. Habt ihr aber neue dazu bekommen. Werdt aber die gebrochene davon benutzen, weil die ist einfach, da ist nur eine Farbe drin, die ich eh nicht so toll fand. Dann haben wir hier noch die City Mini Palettes. Die ist übrigens gerade bei Douglas sehr sehr krass reduziert. Gibt ich glaube 30%. Dann haben wir hier noch Highlighting Sticks. Wir hatten hier ursprünglich auch eine Foundation, aber die will ich jetzt extra für euch testen. Und zwei ganz tolle Nude Lippenstifte und natürlich die von Jeffree Star. Ich hoffe wie gesagt, dass euch solche First Impressionspressen Spaß machen. Ich habe wie gesagt jetzt mal eine ganze Kiste, wo ich sagen kann, die Sachen habe ich jetzt nicht so oft wirklich getestet und ich habe jetzt praktisch ein geprimtes Gesicht. Und zwar habe ich den ELF Illuminating Primer benutzt von ELF. Und ich fand den sehr sehr gut. Also ich habe den jetzt drauf getragen. Also er ist sehr Porenverfeinernd und ihr habt einen ganz leichten Shift auf der Nase. Was ich glaube ich auch noch in die Testfasere mit reinnehmen werde, ist die Highlighter Palette. Wo habe ich sie denn jetzt hingetan? Die Highlighter Palette, die hat eine richtig auffällige Verpackung. Ah hier, ich habe sie. Was ich jetzt auch für euch definitiv mittesten möchte, ist diese super super schöne BH Cosmetics Palette. Und zwar ist es die neueste Duo Chrome Palette. Sehr sehr geil. Also ich möchte da auf jeden Fall die Highlighter von testen. Und ich werde jetzt mal anfangen mit meinem Augen Make-Up. Das heißt, ich trage jetzt mal meine große, grobe Base auf. Ich trage dafür einfach meine Martin Poreless auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt praktisch mit meiner Base soweit fertig. Und zwar habe ich jetzt hier die Martin Poreless in der 128 einfach aufgetragen. Das ist wirklich so meine Holy Grail Foundation. Ich benutze sie schon vier, fünf Jahre, Leute. Meine Augenbrauen habe ich im Prinzip nur ganz leicht mit dem NYX Microbrow Pencil in Espresso. Ich hoffe, dass ihr den sehen könnt. Oh, das ist voll schwer, das anzusuchen. Ihr geht da ganz, ganz easy packig. Ich bin jetzt aber praktisch in diese Augenbraue einfach nur so rein. Habe so ein bisschen hin und her. Und das ist eigentlich alles, was ich tue. Ich mag momentan wieder, gerade weil jetzt halt das Wetter gerade so warm ist, mache ich gerade sehr wenig mit meinen Augenbrauen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es halt nicht so gut hält. Ich habe jetzt nicht gebaked, sondern ich habe jetzt praktisch ganz leicht was dran gemacht. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen. Oh, ich komme mal nah dran. Starten möchte ich das Ganze mit der Soft X Palette und zwar mit der Extra Spice Palette. Sie ist bei Cosmetics for Less und bei Revolution London zu erhalten. Das ist praktisch die zweite Palette von Soft X. Ich finde die mega, mega schön, Leute. Und wir starten das Ganze mit einem sauberen Brush. Leute, ich habe zum Beispiel auch voll die dreckigen Brushes schon wieder hier. Übel. Zoomst du bitte mal? Ich habe lately ein bisschen Probleme hier mit dem Zoom, weil er immer wieder andere Lichtquellen aufnimmt und deswegen. Aber jetzt geht's. Wir starten das Ganze mit Cookie Dough. Und sehr, also ich versuche es euch mal zu zeigen. Also die Palette hat schon etwas Fallout, das muss man einfach so sagen. Aber das Pigment stimmt. Also ich bin so krass. Ich habe das jetzt ein, zwei Mal getestet, um zu schauen, was ich davon jetzt benutze, damit ich euch praktisch die Neuheiten alle mal vorführen kann. Aber die Sachen sind super schön pigmentiert gewesen. Zumindest diese zwei, drei Farben. Ich habe jetzt einen ganz schlichten Look gemacht und habe dann einfach diese angebrochene Palette genutzt. Wie ihr seht, total einfacher Blend. Also es ist wirklich sehr, sehr cool. Sehr einfach in der Anwendung. Ich will jetzt auch gar nicht so einen riesen Look machen, weil ich werde diesen Look auch an der Arbeit tragen. Das heißt, ich brauche jetzt heute nicht so arg viel. Kann euch aber sagen. Ich gehe mit demselben Brush in die Farbe Sweet Sour. Das ist praktisch dieses hier. Genau. Dieses Orange mit demselben Brush. Also wenn ihr etwa in derselben Farb bei mir bleibt, könnt ihr auch praktisch weiter. Und seht ihr das? Das ist richtig toll. Das pigmentiert unfassbar gut auf dem Auge. Lässt sich total geil verblenden. Leute da draußen seit einer Stunde etwa hupt oder beziehungsweise ist, glaube ich, so eine Alarmanlage von dem Auto angegangen. Seit einer Stunde klingelt es und hupt ohne Ende. Nicht normal, dass man das einem nicht auffällt. Wahrscheinlich ist der jetzt nicht da, der Typ oder geht arbeiten und kommt nach Hause und kriegt wahrscheinlich fett Ärger von der Nachbarschaft, die sich jetzt hier um ihren Mittagsschlaf gebracht fühlt. Also ich habe jetzt Cookie Dough und packig die Farbe Sweet Sour verblendet und ich komme mal ganz nah ran, Leute. Das ist wunderschön. Es ist so seamless. Es ist so seamless. Ich gehe dann praktisch mit wieder derselben Farbe in die Farbe Cheesecake, was überhaupt nicht passt, muss ich euch ehrlich sagen. Hier Cheesecake, weil Cheesecake ist so eine Farbe, die, also ihr seht schon an dem Pinsel total krass. Also ich muss wirklich nur, also Leute, ich kann euch ehrlich sagen, ich habe ja die Soft Glam Palette von Anastasia Beverly Hills und wenn ich jetzt so genau hingucke, muss ich euch sagen, ist diese Art, wie sie verblendet und die Art, wie sie arbeitet, genau die gleiche. Ich habe eine kaputte, also ich habe ja die kaputt bekommen. Die Farbe Lakes ist weg. Das ist praktisch so eine, das ist so ein schmutziges Grün oder sowas. Da muss ich aber euch sagen, das ist jetzt auch nicht eine Farbe, zu der ich jetzt unbedingt greifen würde, ja. Und deswegen habe ich jetzt halt gedacht, ich benutze diese, weil wenn ihr sowas, also die Kommunikation war sehr gut. Ich habe mit Revolution London halt auf Englisch geschrieben, da ging es natürlich schneller. Die lassen sich sonst auch durch den Google Übersetzer durch. Das hat sie mir geschrieben und da kommt natürlich manchmal, wie ihr wisst, natürlich voll der Kack raus. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, die trotzdem zu benutzen, weil ganz ehrlich, why not? Die Palette hat ja deswegen gar nicht weniger Qualität. Sie ist anders gepresst, wie diese Palette, die ich hatte, diese, diese Soft X Palette davor. Sie hat auch, wie gesagt, statt eine Highlighter Palette, die unglaublich gut ist, zwei Creme, ähm, zwei Package cremigen, cremige Lippenstifte rausgebracht, die wirklich super geil sind. Ähm, dann gehe ich mit dieser super geliebten Primark Brush in die Farbe Running Late. Das ist diese hier. Und verblende pack ich mit diesem Orange die beiden Übergänge. Dieser Primark Pinsel. Gold. Absolut krass. Mega, 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 sag ich euch. Ähm, ihr kriegt mit dieser hier einen so tollen Blend hin, das ist echt nicht von schlechten Eltern, Leute. Neben mir liegt auch wieder der Kenai. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da. Der Kenai liegt neben mir. Der war letztes Jahr so krank. Ich hätte ihn fast verloren. Ich kann mir das heute gar nicht vorstellen, aber bin froh so, dass es nicht so ist. Also, und jetzt, ähm, gehe ich mal nochmal in die Farbe Cheesecake und setze mir ein bisschen noch was ins Innere, äh, Innere Lid und sammle dieser etwas härteren Brush. Weil ich damit sehr precise, seht ihr das, richtig geil, äh, Pigment auftragen kann. Und die ist halt der Shit, was Verblenden angeht. Das ist halt richtig, richtig toll. Setze mir das sehr schön in die, in die, in die Falte hier. Und ich glaube, ich werde dann irgendwie, äh, Glitzer im Innermittel irgendwie auftragen oder so. So, dann gehe ich wieder in diese Brush mit dem, mit dem, äh, Orange und verblende einfach schön, dass die Kanten schön weich werden. Man denkt immer, Jenny wird weniger, aber no. Ähm, ich gehe jetzt mit so einer ganz weichen Brush, da ist schon dieses Rot mal drauf gewesen, gehe ich in die Lower Lashline und setze mir, oh, habt ihr auch so ein blödes Verblender-Gesicht, kennt ihr das? Ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass so, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass die Liderstrafe kriegt oder so. Ich bin das in die Farbe Cheesecake nochmal rein und verblende das jetzt praktisch mit unten drunter. Geil. Also, ich kann null Schlechtes über diese Palette sagen. Ich habe, ähm, ich habe jetzt noch ein bisschen diese Farbe Vitamin C, das ist dieses Gelb. Und das setze ich mir jetzt hier unten nochmal komplett hin, dass es einfach softer wird. So. Also, die Selfix-Palette, sehr, sehr schön. Also, die Farbauswahl ist wirklich spitze. Also, ihr habt wirklich unnormal viel Auswahl. Ähm, die Shimmer Shades werde ich davon jetzt nicht benutzen, sondern ich gehe jetzt mit der nächsten Palette rein. Und zwar möchte ich eines der City Mini Palettes benutzen. Und zwar habe ich hier die Farbe äh, Chill Brunch Neutrals. Ähm, The City Mini Palette. Das ist die Farbe Concrete Runway. Das ist die Farbe Graffiti Pop. Und das ist die Farbe, äh, Rooftop Bronzes. Ähm, ich habe schon so ein paar Mal damit geschminkt und muss sagen, die sind wirklich gut. Aber jetzt für 9 Euro finde ich völlig unbegründet. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt nochmal so, also, eigentlich mag ich Maybelline ja schon sehr, sehr. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt jetzt so viel Geld ausgeben nochmal für so eine teure Palette. Ich nehme jetzt einfach tatsächlich mein Make-up und sparte mir so ein bisschen was aus. Ähm, ist auch ein cooler Tipp, weil zum Beispiel manche, also manche mögen das ja super weiß, weiß-based, also white. Aber ich weiß nicht, ich mag das jetzt nicht immer ganz so hell. Das heißt, ich nehme mir einfach ein bisschen von meinem Concealer. Spare mir etwas in meinem Lid aus. Und, ähm, kann praktisch mit meinem Finger, äh, mein Make-up sehr, sehr viel leichter verblenden. Ich finde halt, ähm, diese Foundation super. Die ist multifunktionell. Ich habe jetzt auch nicht super, super sauber gearbeitet. Und zwar werde ich jetzt mit einer angefeuchteten Brush. Ähm, ich weiß noch nicht. Nehme ich jetzt mal dieses Dream Satin Mist. Das ist irgendwie total verdellt. So, Dream Satin Mist von Maybelline. Das ist auch so ein bisschen so ein... Ähm, ich werde Schimmer nie ohne Spray auftragen, weil ich einfach finde, dass es nicht gerechtfertigt ist. Weil Schimmer brauchen halt irgendwie immer ein bisschen Tackiness, ja. Dann gehe ich in diese Farbe, die übrigens fett krümelt, und setze sie mir hier drauf. Und, super. Seht ihr das? Also, ist wirklich schön. Kann man das sehen? Ja. Also, ich trage nur das jetzt einfach auf mein Lid. Sehr großzügig, nicht zu wenig, nicht zu viel. Das gleiche machen wir hier auch. Ähm, die seht ihr meine Pads? Ich finde die Matten fast besser, wie die, wie die, ähm, metallischen Lidschatten. Ich finde sie aber an sich eine schöne Palette. Also, da sind wirklich alle Töne, äh, dabei, wo ich sag, wow, ähm, gefällt mir gut. Ähm, da ist jetzt kein dabei, wo ich sag, oh mein Gott, das geht gar nicht. Dieses Blau, was in der Graffiti Pop drin ist, ist jetzt zum Beispiel, ich kann es euch mal gerne swatchen. Ist halt ultra schön. Also, das ist halt wirklich so, so schön. Also, es lässt sich auch dementsprechend geil swatchen. Also, das ist halt wirklich vergleichbar wie mit der von der Jaclyn Hill Palette. Ähm, sehr, sehr schöne Formulierung. Ähm, ich finde der Schimmer sehr schön. Es ist allerdings jetzt nicht so vibrant, wie man jetzt gedacht hätte oder so. Ähm, ich gucke jetzt mal, ob ich noch ein bisschen was Krasseres finde. Hi, Kenai, kratzt dich neben mir. Wife. Ähm, ich habe hier noch die, äh, Future, Future is me, Hot Your Princess. Ich habe meine Kamera verschoben. Sorry. Ähm, Born Awesome und To Glam To Give. Äh, und zwar, ich will, glaube ich, in diesen Ton reingehen. Also, ich habe ein paar Mal mit denen gespielt. Und zwar vorab, weil, ähm, First Impressions funktionieren bei mir nicht immer ganz so gut. Weil ich einfach denke, ähm, ein Produkt beim ersten Mal kann sein, ihr seid vor der Kamera und habt einfach die falsche Technik angewendet. Ähm, die Palette ist sehr empfehlenswert. Also, da haben, äh, da gefallen mir, wie gesagt, gerade die mattentöne total gut. Ähm, der Highlighter ist sehr, sehr schön. Und auch diese, diese Töne. Also, die Palette finde ich von allen so ziemlich am besten. Ähm, dann habe ich, ähm, ähm, jetzt so ein paar Looks. Ich habe halt mal so Alltagslooks da mitgemacht. Kann man super mitarbeiten. Ähm, kann man für den Preis nichts sagen. Sie ist allerdings nicht die günstigste Palette von, von der Sorte sozusagen. Da kriegt man noch günstigere. Aber jetzt schauen wir mal. Jetzt ansprühen. Ähm, und ich gehe jetzt mal in dieses Gold. Ähm, das ist bei weitem nicht so krümelig, Leute, wie das von Maybelline. Und schaut euch mal an. Richtig schön. Also, ähm, es sieht auch feiner aus auf dem Auge. Definitiv. Ja. Und, ähm, finde ich, ist leichter zum Arbeiten. Also, diese Essence Paletten sind eine ganz tolle Ergänzung für eure, für eure Sammlung. Ähm, da müsst ihr halt schauen, welche Farben euch gefallen. Also, ich zeige euch mal die Paletten so. Also, das ist jetzt die, ähm, die mit dem, äh, äh, Too Glam to Give a Dream. Dann, äh, Born Awesome. Die finde ich auch mega schön. Da, äh, den benutze ich allerdings als Illuminating Bronzer, wenn ich den benutzen würde. Ähm, das Korall finde ich sehr schön. Diese Farbe. Die kleine hier finde ich auch super, super schön. Das ist so ein Rose Gold. Das ist auch richtig schön. Ähm, mit der Palette habe ich noch nicht so viel gespielt. Aber die finde ich von der Farb, Farbfamilie her super süß. Ähm, bei dieser hier, ähm, muss ich sagen, da waren die Swatches schon nicht so. Also, das sieht jetzt viel aus, aber sie sind halt sehr krümelig. Und wenn ihr damit halt spielt und blendet, dann ist das, ähm, nicht so stark von der Performance wie jetzt die anderen. Aber, ähm, wie gesagt, das Pink. Das Pink ist okay. Aber schaut mal meinen Finger, der ist sehr krümelig. Also, ihr seht es, wenn ich das hier auftrage. Da, ich versuche es euch so nah wie möglich zu zeigen. Seht ihr das? Da ist so ein streaky, äh, seht ihr das? Das Krümelige. Das kann ich halt überhaupt nicht gebrauchen, Leute. Weil das ist für mich halt, äh, das ist für mich halt, um einen Augenlook zu machen, sehr, sehr schwierig. Ähm, die würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich kann euch jetzt nur sagen, was ich halt damit für Erfahrungen gemacht habe. Ich habe da ganz schnell Looks mitgemacht und, ähm, habe ganz normal meine Base und so aufgetragen, so wie sonst auch. Ähm, und diese Palette finde ich auch noch sehr, sehr gut. Also, diese dunkle. Also, praktisch die beiden bläulicht eingepackten sind für mich so die Winner. Also, die beiden. Ähm, ich finde die ultimativ schön. Das Türkis da oben. Wow. Also, das gefällt mir zum Beispiel echt, echt gut. Dann dieses, dann dieses lila, shiftige. Das ist auch sehr, sehr schön. Also, ich denke, das ist halt so ein Inner Corner Highlight. Den werde ich jetzt auch auftragen, Leute, weil der ist richtig, richtig geil. Also, ihr habt von jeder Palette eigentlich eine Kleinigkeit. Ich finde nur diese bläulich eingepackten von der Performance her am stärksten. Und ich finde, man sollte halt, ich habe sie natürlich jetzt zum Reviewen, äh, wollte ich sie erst ursprünglich alleine reviewen. Aber das hätte sich jetzt nicht gelohnt, weil einfach, hm, ich jetzt nicht so 100% überzeugt davon war, ja. Und ich gehe jetzt mal in diesen Ton rein. Ist auch nicht so stark pudrig. Und setze mir hier ein Inner Corner Highlight. Richtig schön. Ähm, mir gefallen die Farben sehr gut. Ähm, ihr könnt damit ganz gut arbeiten. Wie gesagt, jede, ähm, äh, was ihr jetzt praktisch an den Augen braucht, zum Beispiel so Unterlage braucht einfach ein bisschen Unterstützung. Ähm, ich mache jetzt geschwind mein Gesicht fertig, trage mir Wimperntusche auf und dann geht's ans Highlighten. So, ich bin jetzt soweit fertig mit meinem Gesicht. Ich habe für meine Mascara, äh, ich habe die mal gekauft und zwar die, äh, die Roller Lash, äh, Mascara. Ich habe mal gesehen, dass Jeffree Star die total geil findet. Ich habe so wenig Wimpern, Leute. Aber, ähm, man kann damit ganz gut arbeiten. Also, die ist wirklich cool. Ähm, und was ich immer noch drüber gebe, ist die Big Bad Bad Girl Bang Mascara. Das ist so die einzige Mascara, wo ich wirklich sagen muss, wo ihr Geld wirklich wert ist. Also, ich habe jetzt wirklich eine Schicht drauf gemacht und sie neigt so ein bisschen zu fliegen, Beinchen. Aber ich muss euch sagen, mich stört das jetzt nicht so arg, weil wenn ihr halt keine Wimpern habt, seid ihr halt wirklich über jede Art von Wimpern halt wirklich dankbar. Ähm, und ich habe jetzt praktisch mein Gesicht, äh, mit einem Pinsel, mit so einem angeflachten, mit so einer Art, ja, es ist so ein angeschrägter Pinsel, habe ich konturiert und zwar mit diesem Matte Bronzing Powder von Essence, äh, für darker Skin, weil das hellere, das ist fast nicht sichtbar. Und zwar habe ich jetzt auch noch mein Gesicht ein bisschen eingesprüht mit dem Dream Mist von Maybelline. Das ist auch fast leer. Und jetzt geht's ans Highlighten. Die Lilly ist jetzt gerade gekommen. Mausi. Oh, ist sie gerade wach geworden. Ja, guten Morgen. Gute Morgen. Meine Püppelina. Sie ist die einzige Pranker, die ich in meinem Zimmer absolut, absolut liebe. Gehen wir zum Kinder, der schläft da auch noch. So. Sorry für die Störung, aber meine Babys dürfen immer kommen. Ähm, ich nehme auf jeden Fall meinen Morphe Pinsel. Das ist der Y14, der sehr, sehr cool. Und zwar, ähm, habe ich hier eine Highlighter-Palette. Ich liebe sie. Ich habe jetzt schon ein paar Mal die benutzt die Woche. Ähm, ihr habt jetzt den Haul erst vor einer Woche gesehen. Aber ich habe jetzt, ich gehe jetzt einfach mal hier in die beiden. Huch. Hat Fallout. Aber, ähm, Also, das ist so schön. Also, dieser Highlighter, also ihr könnt so ein bisschen switchen. Ich meine, ihr seht es ja, ich gehe so ein bisschen hin und her. Das ist ein sehr, sehr goldiger Highlighter. Aber ich habe das auch schon versucht, auf den Augen drauf zu tragen. Das klappt total gut, Leute. Das klappt. Sehr, sehr schöne Palette. Also, wie gesagt, ich stelle euch und zeige euch die Neuheiten auf jeden Fall, die ich auch schon mal so getestet habe. Sehr geile Palette, Leute. Kostet aktuell 21 Euro bei BH Cosmetics. Gefällt natürlich noch nicht in den Sale, wird aber sicherlich in den Sale reinpassen. Momentan ist es sogar so, wenn ihr, glaube ich, 30 Euro ausgebt, dass ihr dauernd irgendwas dazu bekommt. Pinsel Sets, Face Paletten, jetzt sogar die Backlight Palette. Das ist, ich glaube, das ist diese hier. Ne, also das ist diese, nur mit diesen blauen Pants drinne. Die habe ich auch. Auch eine sehr schöne Highlighter Palette. Leider Gottes ist sie halt sehr, 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 sehr hell für mich. Und wir setten das Gesicht jetzt mit dem Mac Fix Plus und zwar für matt. Ich benutze das sehr gerne, aber ihr müsst ultimativ aufpassen. Ich hatte beim ersten Mal benutzen, hatte ich überall weiße Sprenkler im Gesicht. Das war so, Entschuldigung, scheiße, dass ich ins Autospiel geguckt habe und dann so blöd geglotzt habe. Also ihr müsst jetzt wirklich einmal testen und dann müsst ihr ganz langsam sprühen. Ähm, da ist irgendwas drin. Seht ihr das, dieses Milchige da drin? Ähm, das setzt sich sonst in eurer Haut ab. Also ich selber mache das immer so, dass ich das in die Luft sprühe und packe mich in den Nebel reinwedel. Und dann ist es gut. Also ich würde jetzt das ehrlich gesagt nicht anders machen. Ähm, der Highlighter ist super, super schön. Und das Augenmake-up, mega, mega schön. Ich sage euch später noch ein bisschen, noch ein bisschen genaueres dazu. Jetzt gehen wir an die Lippen. Und zwar werden wir für die Lippen, ähm, ich weiß, ah, hier. Ich glaube, ich nehme jetzt mal diesen von Gigi Hadid. Und zwar ist es der Lip Liner Lapis de Labios. Das ist einfach so ein bräunlicher, weil wir wollen jetzt eines der Sof, äh, Sof, ähm, Sof X Revolution. Oh, ich habe hier, hallo? Ich habe den Gerhard hier. Der Gerhard hat sich angemeldet in meinem Gesicht. Und will einfach nicht ausziehen. Das ist gar kein Pickel. Das ist irgendeine trockene Stelle, die sich nicht auftragen lässt. Das ist so ekelhaft. So, ähm, das ist praktisch so ein sehr aschig, brauniger. Also das ist jetzt auch eine trockene Stelle. Seht ihr, das, da ist gar nichts drin. Das ist einfach nur trockene Haut. Das sieht so schrecklich aus. Und zwar habe ich hier die Farben, ähm, Syrup in Cake. Da gab es nochmal eine andere Farbe, aber die war halt so dunkelbraun. Und das mag ich halt gar nicht als Lippenstift. Und das wäre die Farbe, äh, Syrup. Und ich denke, ich gehe in die Farbe Cake, weil Cake ist sehr viel rosastichiger. Äh, beziehungsweise rosenholstichiger. Super cremige Formulierung, was aber definitiv einen Lip Liner schreit, ja. Seht ihr das, wie einfach das aufzutragen ist? Ähm, ich habe mit Revolution Produkten, die, die ich so krass empfehlen kann, sind die Revolution Pro Mudds. Das sind diese Pro Supreme Mud Lip Pigments. Davon habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Farben. Jede, unfassbar geil. Also, so geil, also ganz selten ein Lippenprodukt gefunden, was mir so, so gut gefallen hat. Und, äh, diese Farbe, ich liebe sie. So, und jetzt reden wir mal darüber, was ich heute alles benutzt habe. Und zwar, ich habe jetzt als Primer, habe ich benutzt den, wo ist er? Den Elf, äh, Illuminating Face Primer. Ich finde ihn sehr gut. Ähm, er hat halt so ein, also er hat ähnlich so einen goldenen Stich wie das hier. Ähm, der macht eure Poren so klein. Also, ich habe ja wirklich krasse Poren, Leute. Ihr seht das ja auch hier. Das verbessert sich wirklich um einige, um einige Nuancen. Natürlich, wenn ihr halt einfach Poren habt, Leute, akzeptiert es. Es wird keinen Pore-Filler auf dieser Welt geben, der euch die Poren wegnehmt. Das gehört zu eurem Gesicht und akzeptiert es einfach so, wie es ist. Ähm, ihr könnt es halt nur ein bisschen besser machen, aber weg werden die nie sein. Aber das ist wirklich ein tolles Produkt. Das, äh, könnt ihr bei Douglas bekommen. Alle Elf Produkte würde ich grundsätzlich nur bei Douglas kaufen. Ähm, die haben zum Beispiel dieses Mal, diese Woche mal 15 Prozent, mal 20 Prozent. Und vor allen Dingen ist der Grundpreis der Produkte sehr viel niedriger wie bei Müller. Ich war sehr im Schock. Also, eine Palette, die ich ja sehr, sehr liebe, wo ich auch immer die wieder hingeschmissen habe. Ähm, diese Matz-Palette. Ich weiß jetzt noch nicht wieder, wo ich sie hingekickt habe. Ich habe gerade lately ein Problem damit, dass ich meine Sachen wieder umgeräumt habe. Auf jeden Fall, diese matte Palette, ich habe die eigentlich schon... Ah, hier, die stehen hier direkt. Welche ist das? Äh, das ist diese Nude, äh, das ist die Nude Mood Palette. Eine, die da zum Beispiel, die kostet, ähm, wenn ihr die beim Douglas kauft, 10,99 Euro. Und wenn ihr im Müller die kauft, 17 Euro oder 18 Euro. Ich finde das einfach echt gesponnen. Also, ich finde das einfach zu viel, ja. Und das ist wirklich ein so, so geiles Produkt. Ähm, ja, ich habe halt, wie gesagt, meine Matte in Poreless genommen. Das ist halt wirklich für ölige Haut sehr gut. Habe aber auch eine Freundin, die hat sehr trockene Haut. Und da funktioniert sie auch sehr gut. Ähm, ihr könnt einfach eine gute Creme drunter geben. Ähm, ich habe zum Beispiel als Tagespflege jetzt zwei, die ich wirklich oft benutze. Das wäre einmal das Aqua Feuchtigkeitsgelee von Balea. Das kostet 2,79 Euro. Sehr geiler Primer, wenn ihr trockene Haut habt. Ich, ähm, habe jetzt praktisch hier am Mund. Und irgendwie das Problem, das hier gerade vielleicht auch durch das Septum, durch das dauernde Desinfizieren des Produktes, ist auch möglich. Also das, das Ding. Oder von The Origins. Ähm, das ist allerdings etwas teuer. Das kostet 30 Euro. Das ist das Energy Boosting Gel Moisturizer. Den benutze ich aber jetzt nicht als Make-up Unterlage, sondern den benutze ich jetzt tatsächlich als Abendpflege. Wenn ich halt, wie gesagt, bei meinen Patienten bin und ich mich komplett abschminke. Jetzt, also ich schminke mich manchmal ab. Manchmal schminke ich mich auch gar nicht ab. Weil das kommt immer drauf an, wenn ich halt dazu komme und die Nacht halt ruhig ist, dann habe ich natürlich auch Zeit, mich abzuschminken. Ansonsten ist die Zeit einfach auch für meine Patienten da. Weil, ähm, ich bin halt zwölf Stunden dort und da habe ich auch zu arbeiten. Ähm, und was habe ich noch? Ähm, das Stream Setting Mist kann ich auch empfehlen. Das ist schon fast leer bei mir. Ähm, ich finde nur den Preis sehr hoch. Also ich würde es mir jetzt nicht mehr nachkaufen, weil ich einfach die Variante von Catrice so geil finde. In der großen Theke für zwischen, ich glaube die in der 2- oder 3-Meter-Theke, ich glaube 2-Meter-Theke von Catrice, da wird es einige tolle Neuheiten geben. Ich hoffe, dass ich da jetzt auch alles von erwische. Da gibt es zum Beispiel die Hardy Liquid Foundation Illuminating und so. Total geil. Und, ähm, da gab es, also ihr seht auch noch der Preis, das ist praktisch das Dewy Glow Fixing Spray. Da sind auch kleine, ähm, ihr seht halt den Schimmer, der da drin ist. Sehr, sehr schönes Produkt. Also ich habe davon 5 Backups und ich habe wirklich so alle 2 Wochen mal so eine Flasche leer. Ähm, sehr, sehr cool. Ähm, die Soph X Palette. Ich finde sie sehr, sehr viel besser wie die, die ich hatte. Also ich zeige euch mal das Colorscheme von der anderen. Also ich finde, ähm, von der Farbgestaltung her, ja, sehen die sich verdammt ähnlich. Ich finde aber hier bei der Palette nicht gut, dass zum Beispiel ganz, sagt viele Namen hat. Also da stehen halt einfach die Namen nicht drauf. Mich persönlich stört das, weil ich halt euch die Sachen ja reviewen möchte. Das heißt, wie soll ich euch das sagen, weil wir die Farben heißen. Ähm, ich finde, dass die Schimmernden bei weitem nicht so gut performen. Ähm, ihr müsst denen sehr viel Wumms geben und sehr viel nachsprühen. Ähm, diese, also, dieses Silber zum Beispiel. Hammer. Das ist trocken, das ist noch nicht mal angefeuchtet. Das Gold da oben ist auch sehr schön. Ähm, ich finde auch die Kombination aus Transition Shades und den Shades, die ihr zum Aufbauen benutzen könnt, sehr viel harmonischer wie bei der anderen. Ähm, mir gefällt es halt, dass ihr praktisch wirklich Transition etwas ins Orangige oder eher in dieses Mauve Braunige. Dann könnt ihr noch weiter verdunkeln, bis in so ein geiles Schwarz rein. Das Schwarz ist auch butterweich, Leute, und Pechschwarz. Ähm, ich bin leider etwas enttäuscht. Ich wollte eigentlich von Morphe die Jaclyn Hill Paletten dieses Volt kaufen. Ich bin momentan nicht so sicher, ob ich sie kaufen werde, weil sie haben ja jetzt den Termin für den Release verschoben, weil einfach da wohl ein Problem mit der Fabrikation da gewesen ist. Also es gab wohl Probleme mit dem Pressen. Ich weiß nicht, warum es da Probleme mit dem Pressen gegeben hat. Auf jeden Fall mega scheiße. Also da gab es mega schöne, äh, ich werde auf jeden Fall die Kollaboration kaufen, weil ich einfach die Farben unnormal schön finde. Ich finde es jetzt nur ein bisschen fehlerhaft, dass es einer Jaclyn Hill passieren musste, dass es praktisch, ähm, im Nachhinein korrigiert werden muss. Aber das ist für 11,99 Euro wirklich eine wahnsinnig schöne Palette. Ihr habt praktisch ein tolles Rot, ihr könnt sehr sommerlich sein und ihr könnt eigentlich mit dieser Palette den ganzen Urlaub verbringen. Mega, mega schön. Das besondere Highlight, finde ich, ist die Dual Light Palette von BH Cosmetics. Ich kann absolut nichts Schlechtes darüber sagen. Das ist aber eine Palette, wo ich anfangs dachte, Leute, das geht gar nicht. Vor allem dieses Lila. Aber als ich das gespotcht habe, dachte ich so, warum soll ich denn das nicht auf dem Auge tragen? Weil es würde ja auch nichts dagegen sprechen, halt Sachen, ich sag mal, Zweck zu entfremden und einfach zu sagen, nö, ich nehme die jetzt einfach fürs Auge. Natürlich, das sind ginormous, das sind riesige Pants, Leute. Das sind wirklich keine Kindergartenpants oder so wie jetzt bei der Soft Palette. Aber ihr habt wirklich mega, mega viel Auswahl. Das sind einfach so ein bisschen Fun Colors und ihr seht ja, es sieht wirklich nicht absurd aus und ich bin wirklich niemand, der mit blauen Highlighter rumrennt. Die eine Palette, die Backlight Palette, die man jetzt gerade, ich glaube, gerade umsonst bekommt die Woche. War das die Woche oder letzte Woche oder kommt es noch? Auf jeden Fall. Die hat mir jetzt nicht so gut gefallen, weil da waren mir halt zu viele eisige Farben und ich bin halt ein sehr olivgelber Unterton, Hautton Mensch. Da kann ich nichts mit anfangen. Aber jetzt dieses zum Beispiel auch einfach dieses wunderschöne Hallo, das reflektierende... Boah, guck mal. Ich mach das mir jetzt einfach aufs Lid. Ihr könnt halt wirklich total zweckentfremden. Ihr könnt halt wirklich gucken, dass ihr sagt, okay, ich nehm... Oh, schau dich das mal an. Huh! Ihr könnt wirklich sagen, ich nehm das jetzt einfach für Lidschatten und für den Highlighter und ihr seht ja, was für einen krassen Wumms die Sachen haben. BH Cosmetics ist in allem, was ich je getestet habe, zu 99% irre, irre gut. Also ich hab da wirklich noch nie in die Scheiße gegriffen sozusagen. Kann ich nur noch empfehlen. Die City Mini Palettes, wo ich jetzt das Schimmer am Anfang benutzt hatte, bin ich jetzt ehrlich gesagt kein großer Fan von. Also ich weiß nicht. Also ich glaub, ich könnte damit schon gut arbeiten, aber für mich ist das einfach... Ich hab halt so viele Paletten, die halt so einfach zum Arbeiten sind, dass ich mir diese Mühe nicht immer geben würde. Die Paletten von Essence. Die beiden top. Die beiden find ich jetzt nicht so gut. Also die beiden kann ich echt empfehlen. Da sind tolle Farben dabei, auch tolle Transition Shades. Und ganz toll sind auch diese Lippenstifte. Einen Lip Liner könnt ihr wirklich nehmen. Ich hab jetzt hier wirklich einen ganzen Korb voll von Essence und Catrice. Also es ist wirklich nichts Teures dabei. Und ich hoffe, dieses Neuheitenvideo hat euch Spaß gemacht. Ich denke ihr... Ich denke, ich hoffe, ich hoffe, ich denke, dass ihr diesen Look auch mögt. Ich mag eigentlich so gerne in die Arbeit gehen. Ich bin ehrlich gesagt so nicht so diese Art von Intensivschwester, die halt irgendwie gar nicht geschminkt geht. Die Leute freuen sich, wenn man sich auch einfach irgendwie hübsch macht. Und einfach... Ich weiß nicht, ich find halt, wenn ich halt so krank wäre, ich hab halt Beatmungspatienten, die wirklich Sauerstoff benötigen, die beatmet werden müssen. Das ist halt nicht schön, wenn man da halt kommt wie Hans Wurst. Die Leute fühlen sich halt irgendwie schon so abgestellt. Ja, das ist halt... Ich finde halt einfach, wenn ich so fröhlich aussehe mit bunten Farben, dann bringe ich auch einfach auch meine Attitude rüber. Und ich muss sagen, es kommt sehr gut bei Patienten an. Ich hab teilweise Looks, Leute, so geht ihr vielleicht in die Disco, also wirklich grüne Augenlooks mit einem orangenen Kranz oder so. Meine Patienten lieben das. Sie sagen halt immer, ha, guck mal, die Jenny bringt Sonne mit und jede Menge Make-up. Und für mich ist es einfach eine Lebenseinstellung, praktisch auch die Sachen, die ich kaufe, auch tatsächlich zu benutzen. Viele Mal höre ich, dass man praktisch hier mir vorwirft, oh ja, Jenny hat so viel Make-up und kauft. Leute, ich hab jetzt diese Make-up-Sammlung über Jahre aufgebaut. Ich hab jetzt die letzten zwei Jahre natürlich durch dieses vermehrte Interesse an YouTube natürlich stärker aufgebaut. Aber das Interesse war schon immer da. Und ich hoffe, dass ihr das auf jeden Fall nachvollziehen könnt. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Video wieder ein. Und bitte lasst uns die tausend Abonnenten bald knacken. Ich bin so, so happy. Und auf jeden Fall möchte ich dann euch bald, bald präsentieren, was ihr da gewinnen könnt. Und seid nicht immer traurig, wenn ihr praktisch nicht gewinnen könnt. Ich hab leider echt nur ein gewisses Eigenkapital, was ich halt investieren kann in meinen Kanal. Ich filme immer noch mit meinem Handy. Und ich muss euch sagen, ich werde das auch weiterhin, glaub ich, immer weiter tun, solange es einfach gut ist. Ich hab mir ein schönes Ringlicht, Softboxen gekauft. Ich bin sehr zufrieden. Sie macht jetzt heute wieder, also sie hat jetzt am Anfang so ein bisschen Probleme mit dem Summen gehabt, aber das macht sie jetzt wieder ganz toll. Das liegt echt immer am Licht, wie nah die Lampen stehen und so. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, ihr Lieben. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald.